So meine Lieben und damit herzlich willkommen zurück bei Borderlands 1 Wir haben ja die letzte Runde nicht so viel aufgenommen wie ich eigentlich vorhatte, da ja ständig irgendwas dazwischen kam, Telefon hier, nervende Nachbarn da, allein in der ersten Aufnahme hatten wir ja 3 Cuts oder wie viel Zuletzt haben wir den Megaboss getötet, naja Megaboss, Pseudoboss, den haben wir eigentlich relativ souverän über den Haufen geballert Loloolooloolooloolooloolooloolooloolooloolooloolooloolooloolooloolooloolooloolooloolooloolooloolooloolooloolooloolooloolooloolooloolooloolooloolooloolooloolooloolooloolooloolooloolooloolooloolooloolooloolooloolooloolooloolooloolooloolooloolooloolooloolooloolooloolooloolooloolooloolooloolooloolooloolooloolooloolooloolooloolooloolooloolooloolooloolooloolooloolooloolooloolooloolooloolooloolooloolooloolooloolooloolooloolooloolooloolooloolooloolooloolooloolooloolooloolooloolooloolooloolooloolooloolooloolooloolooloolooloolooloolooloolooloolooloolooloolooloolooloolooloolooloolooloolooloolooloolooloolooloolooloolooloolooloolooloolooloolooloolooloolooloolooloolooloolo ich bin ja voll schüchtern eigentlich das ist das komisch an ich bin schade die Umgebung verschandeln so glaube ich auch wir müssen es gar töten und Prozent Barthas Bein zurückholen 8 Uhr ja du mit der Sleipersen was das sind das ist ein Achso das ist er trotzdem nicht immer das ist ein Skelett und das sind hässliche Dinge Alter 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 ich bräuchte ein bisschen Hilfe ja ja ich bin schon unterwegs ah ich hab Brandmunition oder bist das du das bin ich jetzt hast du mir Hoffnung gemacht ah du solltest dich hinter mir halten das machen die kleinen Häuser auf dir hallo warum geht meiner Kaffee das Spiel ist so laut so jetzt ist es besser so jetzt geht's wieder naja bin ich nicht dich auch ich hab doch ah Level up jawohl jetzt bin ich Level 3 siehst du dein Grad seht das sind 2er 100 die solltest du Blatt kriegen hab's dir geschafft oder nee dein ist noch am Leben ich geh mal in der Zeit die ganze Muni einsammeln hier naja du so auch gemein oh ich hab Geld bekommen ja das Geld hat sich auch wenn das einer insammelt wird das automatische Daten aufgeteilt das soll es nicht auf so warte mal Maschinen kann ich mal so mal wegpacken kann man eine MG rein wo ist meine Sekunde war für es gibt sie nicht du hast wahrscheinlich noch keine doch ich hatte welche ich habe diese die die auch aufgesammelt achte wie viel Leben die ich finde ich mach pro Schuss drei Schalte wo ich habe ihn besiegt ich bin so gut oh ich bin tot hinter dir was solltet war auch der Fahmung ja ich bin dort ich bin wirklich gestoßen 3 2 1 das steht doch das heißt wie cool sieht das denn aus wenn man verweckt hat und man so in so einem Tunnel ich hab dich gewarnt was auch gar nicht warten du lügst mich voll an ob man sagt dass ich so laut die Leute soll noch denken ist wenn es zu dir ach so ich hätte mit Leid mit dir ist ganz toll euch wurden und ich brauche welche ich brauche Monika will respond das kann so Monik aufgenommen ja ich habe kein Geld ich bin am genauer Schlucker das Geld habe ich den Ort gar nicht so sehr aber ich mich mal Alter diese wieder sterben ja ich hab Bock drauf Klaus wegen zu einem Munizio nein ich hab noch keine Muni auf Vorrat bin öfters da gesessen ohne Muni hier ist überall Muni kannst du alles einsammeln schau einfach da was aufleuchtet weeeeeee so wir wollen das mal gucken ob wir mal Skar töten sollten mal leveln wir das damit jetzt oh wir leveln auf dem Weg da hin sag mal wie viel lebe wie viel welch äh wie viel Leben hast du eigentlich ich mach den einen Schaden wenn ich den abknall dort ist eindeutig hinter mir bleiben ja ich bin auch hinter dir ganz weit hinter dir da sind jetzt schon neun Gegner bei denen hab ich schon geblieben wow das war knapp was ich hab noch neun Leben oh ich sag grad was warte tut mir leid ich bin fast schon ach ich bin schon wieder out of ammo ich brauch mal ich brauch hier Muni ah dankeschön jetzt muss ich die Mediampullen kannst du einsammeln der beste Dreck erheißen ich glaub's ja das brauche ich unbedingt so da ist Geld ah hab's erwischt so welche Zeichen 69 und das ist das gar nichts er bleibt man hinter mir weil die machen die ruck zu klein und sonst kann ich hier rauf gehen gibt sie um was ich guck mal kurz so ich bin ich komme aus dem Spiel zu haben ja auch will ich ich mag der Wartner kommt aber wie warte mal ja wie soll es nicht doch ohne Warte ne doch nicht dachte kann man irgendwas auslösen Prozent aber kommt dann runter wahrscheinlich im Umbruch und aber das ist und ich wieder zwei Leben kaum zumal ich will ich bin ich gesprungen aber ich persönlich und das kann mir die Kitzel lassen zum Penalty lassen schon mal vor und das ist sehr was das denn für ein asoziales Kind so was haben wir Mainz-Romone war eine Mediampullen kann mal so so war man dann war es jetzt ein oder wir sind falsch dann sind das man zu Hause hier da würde ich weg in der das Bonn die Tiere die Lüge und 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 die Lüge ich wollte nur gesagt haben wir müssen da hoch ja dann müssen wir vielleicht schon schön ist das so von hinten in mir auf keine Ahnung auch so war ein Arsch auslösen können wir ich habe auch mal vor mir wird schon nichts passieren von einem neuen neuen wenn ich Hilfe brauchst dann schreit einfach alter Schwede das sieht geil aus man um als erster die Lüge und die Lüge und die Lüge aber es gibt noch einen anderen Weg da hoch was ich am Freund für dich kommen was folgt für mich verbringen man mit da kann ich mich als Klaus gelitten kommt überhaupt hinterher was für ein Arsch er will nicht so weit weg das geht auch noch mal wieder zurück das ist gemein dass er wie bei uns auf Magic hier da so ein bisschen das ist für uns auf Magic das ist ein Mods das hat ihnen noch keiner zählt es gibt noch einen zweiten Weg da hoch allerdings nur da kommt er auch noch umlautchen für seinen solltest mal nachladen so gucken wir mal auf die Map wir müssen da raus aber ja wahrscheinlich müssen dann oder ja ich hab den Weg schon aber da müssen ein Stückchen Latsch ja komm das haben wir schon wo bist du da hinten kann man auch müssen da war es noch Monika Gantt Schottgang Kassel was verkaufen so ein Mann aber tausch vielleicht kann kann man es ganz was tauschen es müsste die Hase Kulte wie eine Ampulle gefunden danke Jesus für diesen tollen Tag für die was das ist wenn kann sich Jesus dann musste mir danken sie auch sie ist auch dies muss müssen Kakao finden da hinten das ist das denn war das ist das auch vier hat er dann riesen Baby in die Kostruhe ich bin gedauert Alter sein das war das immer ich sag ja von Munition und Geld hat er schön Moni als bräuchte ich die Muni bräuchte sie sind keine Muni für mich nur Pistoll Muni da hervor der Muni kann es ja trotzdem Prozent auf Vorrat Alter die die wie geil sie das diese die um ging und zwar die 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 Untertitel sich in so Riesen groß die verdeckt man ganz ist die Bestrunde noch ein Teil das noch so ein Ding versuchte mir helfen ein kleiner Zerstatter ist Art die 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 Kürt auch so tun und stimmte er soll nicht im Umfeld der warte mal wenn du jemanden umgekehrt das auch oder gleich mal 89 ich kann nicht mehr ich kann nicht mehr auch wieder ganz im Unier als ich finde wie sie nicht nur noch hat ihn in dem Spiel ich war so nicht ich komme vor siehe ich komme eigentlich relativ gut mit der Munie ich komme vor ein bisschen aus ich komme vor wie in einem Lärz ein bisschen außerhalb mit geht das so ich habe fast keine Pistel-Money mehr hier ah scheiße mehr Muni danke das ist meine Pistel mit der Brand-Money oh ist das die diese rote gewesen mit dem oh die kann man auch abschießen komm schon schießt alte mit denen mache ich aber Schaden hier mit dem dem Gewehr hier ich habe nur Sorge wenn die Direktionale kommen Alter Schwede, der Typ ist gerade abgestürzt ist er tot? ja der ist tot ich schaue mal nach lange ich mache den rechten, du machst den linken du machst den rechten, du machst den linken Alter Schwede! Boah, Hammers ja das ist uns gesagt, nicht ich ah super, ich habe keine Muni mehr für die Pistel verdammt ja dann nimm doch deine Sniper so was haben wir hier noch schönes geht es hier noch weiter da drüben, ah das noch so zum Glück bin ich der Typ mit der Long Range sind sie aber aufgeschossen glaube ich so warte mal, ich muss die Pistel hier mal weg wieso drobst du nichts? wieso nicht? du Muni habe ich da super 16 Schuss ich hatte auch nichts mehr drin ich hatte auch was in seinem Darm ah da vorne ist ein Lager lass Moni dabei sein oder eine Umpule ist mir egal gibt irgendwas ja Muni könnte ich aber mal brauchen was ist das denn? Bandit Data Records na das hey du Pernaditen Datenschreiber den brauche ich für eine Quest ja wir müssen was oh Geld denke oh wie viel Geld habe ich denn? wo ist das denn jetzt? da da könnte man vielleicht irgendwie unterspringen dann warte mal wenn du runterspringst kriegst du Fallschaden da vorne müssen wir hin oder schätze jetzt mal ja da vorne müssen wir hin Alter lass mich durch oh ich bin mit ins Feld reingelaufen aaaaaaah ich sehs fress scheiße fress scheiße fress scheiße eeeeh wieso gehen die alle auf mich? wieso gehen die alle auf mich? bist du unfair? wo rennst du denn rum? ja keine Ahnung ich seh dich gar nicht mehr aaaaah wie der Schiff hast du kannst du da ran wir bringen ich weiß das tue ich hier die ganze Zeit mh alter ich hab ihm einen critical hit gegeben aber ich bin gleich tot fress da frisst ein ganzes magazin und krieg kaum damage hier bei mir auch nicht nein ich bin out of ammo kacke gönne fress scheiße ja ja ich würd jetzt weg gehen weil ich bin auch grad alter wie viele gegner bei dir sind hinterm radar kackt mich an ich sehs so ich renne jetzt irgendwo hin und suche mir ah ich kann der Muni kaufen am Anfang oder? da renne ich jetzt mal ja ist aber ein stückchen dahin zu laufen ja ich bin eh gleich da so schnell wie ich bin alter was hält das gar alles aus ja scheiße x-fliecher erstmal los werden hier nein bin ich auch sorry so lauf mein freund lauf 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 der Scar verfolgt ja schon lange nicht mehr ja ich lauf trotzdem weil wir dich dir schnell wieder helfen alter ich bin ja sozial oder so ach ich hab gleich level up sozial du bist vielleicht asozial hier das mein ich ja so was kann alter was kann ich mir hier kaufen was ist das denn für ein Teil ah scheiße vielleicht soll ich mir mal ein Schink kaufen wie wär das not you can't ah was ich hab zu wenig Geld was soll das denn alter wie viele kosten kack die Filter sind teuer ja 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 oh ich bin gleich tot dann kommen wir schnell zurück hier ja dann lass ich das mal mit dem Schink neue Stärke ah ich bin level up combat rifle was wollte was denn so jetzt hab ich wieder Muni mehr oder weniger alter der muss aber ganz schön AP geben warte ich komm schon der ist noch nicht tot oder was noch nicht scheiße keine Muni mehr ah ich komm schon sperr mich stirb du Mixfee 1500 Alter habe ich jetzt ein Schub gemacht Sniper rifle Kenntnisse sind jetzt Level 1 na guck mal boah alter erstmal alles an Muni looten was hier rumfliegt Alter das war eh ein Quest von dir ne ich bin jetzt nichts mehr an Muni ich bin jetzt fast zwei Level aufgestiegen ja das war das gar nicht eliminieren Alter wie viel liegt hier rum jetzt hab ich immer Muni gekauft letztlich in der 10 Milliarden Dinger rum wisse hättest du mir auch sagen können dass hier was liegt hättest du mir auch sagen können dass hier was liegt aber du übrigens hier liegt Muni rum echt wo seh ich gar nicht ja weiß nicht hab ich auch mal so ein bisschen was gefunden da hast du schon alles geplündert ja ich brauche auch ich hab so gut wie nichts mehr an Muni hier boah 180 Schuss endlich so ich renne jetzt mal rüber schnell vielleicht find ich da was da liegt ja auch noch was hier so war wunderbar spawnen dich immer wieder Pistol Muni wieder fast voll sehr schön Pistol Muni ist voll das ist auch alles voll hier da ist deine Pistol Muni hier liegt ganz viel noch so ja ich kann noch ganz viel brauchen ja da liegt noch ganz viel übrigens so was haben wir hier hier haben wir nix und ein Stein Alter Kraft in mich haben oder dich na wenn du dich hängst okay so hüpf da rauf du oh jetzt so wo müssen wir als nächstes hier her oh komm wir jetzt nochmal ein Lager ich sag wir müssen ah schon wieder Muni für mich ja die brauche ich so weh Alter von wo denn ach von da hinten ach von da hinten